Herzlich willkommen bei Aktien im Fokus mit Freestalks und Fit4Finanz. Mein Name ist Andreas Bernstein. Heute darf ich Sie einladen, ins Auto einzusteigen. Mit mir und dem Roland Jägen, der sitzt schon hinten. Nach dem Intro ist es los. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, ich hoffe, alle anderen haben auch Platz genommen. Wir wollen nämlich in den Elektroautomobilitätssektor nochmal tiefer eintauchen, denn da haben ein paar Unternehmen, die als Tesla-Konkurrenten gelten, Zahlen gemeldet. Ganz genau. Und eine davon ist die Rivian. Und die möchten wir uns heute nochmal etwas näher anschauen, auf die Zahlen schauen und dann natürlich auch, was der Chart aktuell hergibt. Ja, die Autos versprechen grenzenlose Freiheit, das Unternehmen auch. Und da geht es tatsächlich um typische US-Cars, also so ein bisschen Off-Roader würden wir in Deutschland sagen. In den USA sagt man Pick-Up, oder? Genau, Pick-Up-Trucks und auch SUVs gehören hier zur Produktpalette von Rivian und da hat man verschiedene Modelle zu bieten. Die schauen wir uns später auch noch hier genauer an. Genau, erstmal ein Blick auf die Historie. Das Unternehmen ist jünger als eine Lucid Motors und auch viel jünger als eine Tesla 2009 gegründet und bietet eben diese Automobile erstmal vorrangig an die Privatkunden an, hat aber auch noch weitere Angebote für Institutionelle vielleicht oder wie man so schön sagt, für Gewerbetreibende. Ganz genau. Das ist das zweite Geschäftsfeld, auf das man sich hier fokussiert hat. Der Börsengang im Jahr 2021, also gar nicht so lange her entsprechend, brachte 11,9 Milliarden US-Dollar ein. Das war das größte IPO im Jahr 2021. Bis zum Börsengang hatte man nicht allzu viele Modelle hier produziert und ausgeliefert. Das waren 56 Pick-Ups dieser Modellreihe R1T und 42 davon hatte man entsprechend ausgeliefert. R1T klingt so ein bisschen nach Zukunftsmusik wie R2D2. Ganz genau. Ja, aber die Firma hat von Anfang an natürlich Verluste gemacht, weil so eine Entwicklung von Elektroauto ist einerseits teurer und dann die Vertriebskanäle aufzubauen, da war man schon froh, dass man Know-how seitens der Mitarbeiter hatte. Und das war auch von Anfang an so ein bisschen eine Schlagzeile, dass der Konkurrent Tesla beschuldigte, Geschäftsgeheimnisse hier entwendet zu haben. Genau, da hat man auch immer Mitarbeiter abgeworben entsprechend von Konkurrenten, wie hauptsächlich natürlich Tesla. Und da gab es durchaus auch den einen oder anderen Konflikt, dass eben nicht nur die Mitarbeiter abgeworben worden sind, sondern auch entsprechend das Know-how. Ja, trotzdem starke Arke Aktionäre haben dafür gesorgt, dass auch das Minus den Cashflow nicht so weit zurücktreibt, dass man in die Pleite schlittert. Und auch das hätte ja passieren können, unter anderem Amazon und auch Ford waren neben dem Gründer die großen Aktionäre, die bis heute bei der Stange geblieben sind. Ja, Amazon weiterhin einer der wichtigsten Anker-Aktionäre und da geht es natürlich auch um dieses Lieferfahrzeug, sehen wir später hier auch noch, dass ja wirklich großflächig hier an Amazon ausgeliefert werden soll. Ankermarkt ist da die USA und auch der einzige Zielmarkt bisher und Elektroautos quasi der Fokus. Also da tut man sich auch ein bisschen abheben von Tesla, die ja auch mit Ladesäulen und Robotern zum Beispiel versuchen, den Umsatz zu steigern. Ja, hier fokussiert man sich rein auf das Kerngeschäft, eben auf diese E-Autos und auf diese verschiedenen Modelle, die man hier produziert. Hier zeigen wir auch gleich mal den R1S und den R1T. Also wenn man in Deutschland auf den Straßen solche großen Wagen sieht, dann denkt man immer gleich, unter 20 Liter pro 100 Kilometer kommt man nicht davon. Aber das sind eben auch Elektroautos, da ist es nochmal was anderes. Da ist es in der Tat was anderes. Die brauchen natürlich auch entsprechend hier den nötigen Strom, aber sind natürlich nichtsdestotrotz nicht so verbrauchsstark wie die Konkurrenten aus dem Diesel- oder Benzinbereich. Ganz neu kam nochmal hinzu die R2-Präsentation oder die kommen noch hinzu. Am 7. März soll es losgehen. Das wird ähnlich groß aufgebauscht wie so ein Apple-Event. Also ich werde es mir auf alle Fälle mal anschauen nächste Woche am Donnerstag. Ja, da darf man gespannt sein, wie hier dieses neue Modell R2 dann wirklich aussehen wird und insbesondere auch, was es kosten wird. Da der Umsatz ja unter Druck geraten ist bei dem Unternehmen, freut man sich seitens des Unternehmens, wenn das Modell Anklang finden wird. Das wissen wir noch nicht, ob das funktioniert. Aber man hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und zwar in Bezug auf die Kapazitäten zu schnell zu erhöhen und geht jetzt einen kleinen Schritt zurück und baut erstmal Stellen ab. Ja, man möchte in der Tat ja Kosten einsparen durch Stellenabbau und ein Stück weit konsolidieren, weil der Markt ist aktuell recht schwierig. Das sieht man ja nicht nur bei der Rivian, das sieht man ja auch bei den Konkurrenten. Selbst bei Tesla, aber auch bei Lucid und anderen, dass man aktuell im recht schwierigen Umfeld sich hier befindet. Von daher versucht man auf jeden Fall hier auf der Kostenseite auch etwas einzusparen. Muss man tatsächlich auch. Wir haben die Quartalszahlen mal mitgebracht. Der Umsatz lag bei 1,315 Milliarden Dollar. Das ist in etwa auf dem Niveau vom Vorquartal. Und wenn man als Wachstumswert kein Wachstum zeigt, ist es schon bedenklich. Ja, das ist schon sehr schwierig, dass man hier wirklich keinerlei Wachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal zeigen konnte. Ausgeliefert worden sind auch nur 13.972 Fahrzeuge. Das ist weniger als im Vorquartal. Also auch hier ein Rückgang, den man zu verzeichnen hatte. Beim Ergebnis hat man hier ein Minus vermeldet abermals. Und ja, auch ein größeres Minus als im Vorquartal. Nicht ganz so groß wie im Vorjahresquartal, aber nichtsdestotrotz ein sehr großes Minus. Wenn man das hier Aktie herunterbricht, waren es 1,58 Dollar minus nach 1,87 Dollar im Vorjahr. Also ja, wirklich sehr schwache Zahlen. Man befindet sich natürlich weiterhin ganz klar hier im roten Bereich und ist noch sehr, sehr weit hier auch von der Gewinnschwelle entfernt. Auch der Free Cashflow ist beachtlich und wird weiter quasi im negativen Bereich vorangetrieben. Wenn man das aufs Jahr hochrechnet, kommt man auf ungefähr 5 Milliarden, die das Unternehmen sprichwörtlich verbrennt pro Jahr. Ja, das ist schon extrem viel, muss man sagen. Und da muss man schauen, ob da irgendwann auch die Wende gelingt oder ob man frisches Kapital beschaffen muss. Perspektivisch wird vielleicht auch nicht jeder Elektroautobauer, den wir aktuell noch kennen, vielleicht das Ganze überstehen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass in den nächsten Jahren da auch noch Übernahmen erfolgen werden. Aktuell ist es nicht so weit, sondern es ist eine eigenständiger werden, eigenständige Marke. Aber das gibt einem schon zu denken, wenn man diese großen Milliardenverluste hier auf Jahresbasis sieht. Apropos groß, diesen großen Liefertransporter für Amazon. Da hat man 100.000 Modelle versprochen. Über 10.000 sind schon ausgeliefert. Auch in Europa fahren schon die ersten rum, wie ich hier an dem Münchner Nummernschild unschwer erkennen kann. Und da öffnet sich das Unternehmen auch gegenüber anderen Lieferdiensten, die vielleicht in die Bresche springen und hier als Abnehmer fungieren möchten. Das finde ich eine coole Idee. Das finde ich auch gut, dass man sich da schon geöffnet hat und sich nicht nur auf den Ankeraktionen der Amazon hier fokussiert, sondern dieses Modell dann auch breitflächig anderen Mitbewerbern hier anbieten wird. Ja, und vielleicht hilft das dann auch, nicht nur die Umsätze weiter voranzutreiben. Da soll ja nach der Umsatzdelle auch wieder ein anziehender Umsatz prognostiziert werden. Und der hilft dann auch dem Betriebsergebnis. So zeigen es zumindest die Unternehmensdaten. Ja, der wird auch dringend benötigt. Von daher muss man schauen, ob in diesem Jahr da auch so ein kleiner Turnaround gelingt und dann die Verluste auch kleiner werden. Weil perspektivisch kann es natürlich in der Größenordnung nicht jedes Quartal so weitergehen. Und da braucht man dringend Wachstum. Ja, das sieht man auch beim Blick auf die Bilanzdaten, Umsatzrendite von rund minus 97 Prozent. Das ist nichts, mit dem man sich rühmen kann. Und deswegen hat die Aktie ja auch nachbörsig so stark reagiert mit minus 15 Prozent. Wahnsinn. Ja, sehr stark abgegeben und ja auch neue Allzeittiefs ausgebildet. Das sehen wir später auch im Chart. Also da sieht man schon, dass sich der ein oder andere vielleicht auch längerfristig Investor von der Aktie getrennt hat. Ja, die Analysten sind aber trotzdem nicht alle negativ gestimmt. Also da gibt es Kaufempfehlungen. Zum Beispiel morgen Sandy bleibt dabei. Auch Stiefel Nikolaus, also Stiefel Nikolaus, nein, das ist natürlich nur ein Karlauer. Deutsche Bank neutral. Es gibt auch eine Verkaufsempfehlung. Aber ansonsten insgesamt blickt man da positiv in die Zukunft. Man sieht durchaus positives Potenzial und auch hier ja Kursziele, die über dem aktuellen Kursen, die wohl liegen. Von daher muss man schauen, was die nächsten Wochen und Monate bringen. Die Analysten sehen das Ganze aber durchaus neutral bis positiv. Vielleicht sind die auch nur mit ihren Einschätzungen nicht hinterhergekommen, denn Rivian hat sich in diesem Jahr halbiert. Und das ist schon was, wo man die Gretchenfrage stellen muss. Ist das zu Recht der Kursabschlag oder ist die Bewertung jetzt so attraktiv, dass man zugreifen müsste? Ja, da können wir gerne auch mal den Chart mit reinnehmen und hier teilen und schauen, was uns dieser zu sagen hat. Auf Wochenbasis sieht man hier natürlich, dass sich die Aktie weiterhin hier im Abwärtstrend befindet. Kürzlich hier die neuen Allzeit-Tiefs ausgebildet hat. Sehr, sehr weit hier vom IPO-Preis entfernt ist. Damals war man ja im Bereich von 100 Dollar und ist dann kurz danach auf ca. 180 Dollar gestiegen. Von diesen Kursen ist man sehr weit entfernt und dann kann man mal in den Tagesschart reinzoomen. Und sieht, dass man nach diesem Abwärtstrend eigentlich über das ganze letzte Jahr hinweg hier eine große Seitwärtskonsolidierungsrange ausgebildet hat. Hatte sich auch zu Beginn dieses Jahres hier stabilisiert über der 15-Dollar-Marke. Kam aber nicht wirklich vom Fleck, konnte sich nicht wirklich höheren Kursniveaus nähern. Und jetzt sieht man nach den Zahlen hier diesen Einbruch von knapp 20 Prozent entsprechend das große Gap. Man hat weiter federn lassen müssen und hat jetzt hier im Bereich von 10 Dollar knapp über der 10-Dollar-Marke ein neues Allzeit-Tief ausgebildet. Hatte in den letzten beiden Handelstagen leichte Zugewinne zu verzeichnen, aber befindet sich jetzt hier ganz klar weiterhin im Abwärtstrend. Ich denke, unter 12,50 Dollar circa sollte man weiterhin sehr, sehr vorsichtig sein. Das ist das erste Kursniveau, das es hier zurück zu erobern gilt. Darüber könnte man dann vielleicht auf eine Gegenbewegung spekulieren, ein bisschen im Bereich von 15 Dollar. Also da sieht man, ja, es ist durchaus Potenzial in der Aktie vorhanden. Aber es ist eine Gegenbewegung im bestehenden Abwärtstrend, wer vielleicht auf so etwas spekuliert. Ich denke, man sollte weiterhin vorsichtig sein, bis sich die Aktie nochmal, auch was das Chartbild anbelangt, besser aussieht. Weil eine Trendumkehr ist hier aktuell überhaupt nicht zu erkennen und dafür könnte es auch nach diesem Einbruch noch einige Wochen, Monate dauern. Was mich bei dem Chartbild trotzdem ruhig bleiben lässt, sind eben die zwei großen Ankeraktionäre, also eine Ford und eine Amazon. Die investieren ja nicht von heute auf morgen, sondern mit einem ganz langfristigen Horizont. Das ist auf jeden Fall positiv. Von daher denke ich auch, dass die Aktie nicht kurz zu einer Übernahme steht oder ähnliches. Sondern im Zweifel wird hier auch Amazon und Ford neues Kapital für die Rivian zur Verfügung stellen. Von daher, da muss man nicht wirklich Sorgen haben, dass kurzfristige Übernahme oder vielleicht den Konkurs im Raum steht. Deswegen wird es sicherlich auch ein Update geben zu dieser Aktie im Freestalks-Kanal. Bitte abonnieren, dann verpasst man nichts. Und ich sage schon mal Dank für die vielen Infos an dich, Roland Jägen. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.